Jetzt habe ich euch zwei Jahre lang unheimlich viele Leute aus der Musikbranche vorgestellt. Wir haben Interviews gemacht und alles und jetzt stelle ich euch den wichtigsten Menschen für das nächste Jahr vor. Nämlich meinen Nachfolger, der neue Moderator, den Kai. Hallo Kai. Hallo Steffi. Jetzt bist du im nächsten Jahr dran. Jetzt wollen wir gleich mal ein bisschen üben mit dir. Darf ich dir deine Nachbarin zur Rechten vorstellen? Das ist Sabrina aus Italien. Guck hier nicht so tief in den Ausschnitt. Sabrina, das ist Kai. Und jetzt mach einfach mal. Hallo Sabrina. Fängt ja toll an hier mit Formel 1. Sabrina, now it's Christmas time. What are you doing on Christmas? Oh well, I'll be in Spain for walking and I'll not spend my Christmas with my family. Just, I had to work. Also sie ist nicht zu Hause Weihnachten. Sie muss arbeiten, sie muss nach Spanien. Wir gucken uns trotzdem jetzt Sabrina an. Inzwischen in Deutschland auf Platz 29 mit Hot Girl. Hot Girl, Hot Girl, I'm Satisfaction, baby. Hot Girl, Hot Girl, I'm Night Night. Hot Girl, Hot Girl, I'm Satisfaction, baby. Hot Girl, Hot Girl, take me tonight. Hot Girl, I'm looking for a good time. 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 Love, whatever's on your mind. Play, I'm getting no hesitation. Play, I'm getting no hesitation. Feel, your body can't die. I'll be the lover, that keeps you playing around. I'll be the lover, to satisfy your life. I'll be the lover, that keeps you dreaming at night. I'll be the fire, that's burning deep in your eyes. Hot Girl, Hot Girl, I'm Satisfaction, baby. Hot Girl, Hot Girl, I'm Night Night. Hot Girl, Hot Girl, I'm Satisfaction, crazy. Hot Girl, Hot Girl, they meet tonight. Hot Girl, 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 Hot Girl Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So und jetzt mache ich das letzte Interview innerhalb der Formel 1 und das mache ich natürlich mit Kai. Kai, du musst ein bisschen über dich erzählen, was hast du gemacht, wo kommst du her? Also ich komme aus Neuss, das ist eine Stadt in der Nähe von Düsseldorf, ich weiß nicht, ob man ihn kennt, so, alleine. Und dann bin ich nach München gegangen und habe hier Radio gemacht, oder mache noch Radio. Und dann hast du dich beworben für Formel 1? Nein, ich habe mich nicht beworben, das müsste mittlerweile eigentlich bekannt sein. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind herangekommen, ich habe mich eben nicht beworben, sondern ich bin quasi hingeschickt worden, muss man so zu sagen. Lassen wir mal so stehen, hast du eine Freundin? Ja. Heißt du? Ich habe auch was für dich. Moment, Moment, Moment. Bevor wir jetzt weitermachen, ich habe nämlich auch was für dich, eine Sekunde. Du hast was für mich? Oh, komm, komm. Für die Stefanie, nämlich der erste Stoff-Teasy der Formel 1, ganz speziell für dich. Das ist ja lieb. Vielen Dank. Na?